Ja, man darf. Unter 13 Jahren muss man die Eltern fragen, ob man kleine Jobs machen darf. Also mit dem Hund Gassi gehen oder mit dem Baby spielen und so weiter. Aber eigentlich darf man unter 13 Jahren noch keine richtigen Jobs machen. Über 13 Jahren muss man die Eltern nicht unbedingt fragen, ob man kleine Jobs machen darf. Man kann einfach sagen, ich mache einen kleinen Job, zwar Babysitting zum Beispiel. Man kann auch Geld verdienen, zwar 5 bis 20 Franken pro Mal. Über 15 Jahren, wenn man noch in der Schule ist, darf man nicht mehr als 40 Stunden arbeiten. Man darf mit 15 auch größere Jobs machen.